Schweinmann Hey Schweinmann! Hallo! Hallo? Examen Pickhouse. It's a fancy Pickhouse. Hallo? Examen Grave. I bet... Ah so, okay, wenn wir das ausgraben. Bestimmt ja. Oh oh. Was haben wir denn da? Ein Red Game bekommen. Cool. So, jetzt hacken wir mal das hier ab, diese Mine. Ah, diese Mine, diesen großen Stein hier. Was haben wir denn hier? Oh, Goldnugget. Pick Rocks, Pick Rocks, Flint, Pick Rocks. Hey, da hat die Seatstar in mir aufgehoben. Cool. Oh, nicht zu nah gehen. So, Nita, Stein. Eine Spinne! Hilfe! Hier ist auch noch ein Pickhouse. Oh, hier ist eine Spinne. Wah! I will kill you now! Oh oh! Schwein! Oh oh! Hilfe! Okay, Natur, kämpf gegen dich selbst! Ich hau ab! Da oben ist ein Wurmloch, ja. Was wir brauchen, sind aber diese Jaks, weil wir brauchen Dünger. Also Kot. So. Tut mir leid, Schweinchen da oben. Was ist das denn? Achso, der ist gewachsen. Wacht schon. Wir brauchen aber auch bald was zum Essen. Das heißt, wir müssen Augen aufhalten und auch noch was zum Essen. Okay, der Busch ist leer. Hier eine Karotte nehme ich. Seats nehme ich. So. Karotte. Gut. So, jetzt sind wir hier, genau. Dann gehen wir hier einfach mal nach unten. Hm. Vielleicht finden wir ja hier zufällig irgendwelche von diesen Jaks. Weil das sind so welche Jaks und diese Jaks, die haben halt dieses... Ich glaube, die gehen herum und lassen halt diesen Kot liegen. Picked Grass, genau. Weshalb du das gerade nicht machen wolltest, so aus der Ferne, weiß ich nicht. So, hier müssen wir nur aufpassen, dass die Schweine, die hier an der Seite sind, uns nichts tut. Weil wir wollen denen ja auch nichts tun, so. Hier haben wir noch ein paar Berries, die müssen wir auch mitnehmen. So, gegen die Bienen wollen wir natürlich nicht kämpfen, weil wir sind ja nicht verrückt. Das sind Bienen. So, schnell diese Berries hier pflücken, bevor irgendwas kommt. So, oder die Biene ist eine Blumen. So. It's getting late, I need to make fire. Ja. Oh, Biene. Achso, hier ist ein Bienenhaus. Oh nein! Tut mir nichts! Ich will euch doch nicht angreifen, ihr seid so süß, die Schweine. Die Schweine sind so komisch süß. Also man sieht, da oben ist jetzt ein bisschen gebaut. Deshalb sehen wir da, dass da oben auch was ist. Da müssen wir jetzt hin. Und wie man sieht, dieses Feuer bleibt halt auf kleinster Stufe. So. Hier, den Red Cap, den wir haben, tun wir zuerst mal rein. Der ist wichtig. Was ist denn, wenn wir diese Red Cap essen? Oopala! Da. I don't feel so gut. Oh. Der hat uns... Ein bisschen an Leben gekostet. Das war das so. Gold rein. Nita rein. So. Die Pinecoons, die können wir wieder hier anpflanzen. Wupp. Wupp. Dann hauen wir hier nochmal den Baum ab. Äh, 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 äh. So. So. Aufheben bitte. Komm hier. Komm hier auch. Equip. Und auskram bitte. Ja. So. Schnell zu unserem Hauptlager. So. Was wir jetzt brauchen. Fight. Eine Waffe. Spear. Dazu brauchen wir eine Rope. Eine Rope. Brauchen wir... Davon war's. Gut. So. Spear. Prototyp. Aha. Jetzt haben wir einen Speer. Jetzt können wir auch gegen diese komischen Dinger da fighten. Und dann ist er. Survival. Backpack. Birdtrap. Healing Cell. Piggyback. Carries a lot, but slows you down. Okay. Das, was wir jetzt zum Beispiel brauchen. Da. Sleep through the night. Eine Rope brauchen wir. So. Survival. Da. Die legen wir uns jetzt mal hin. Wann mal. Ach, nur Sleep muss man da so drauf drücken. So. Okay. Dann sleepen. Schlafen wir. Dann geht nämlich unser Sanity Effekt hoch und unser Leben eigentlich auch. Da. Wir sind 200. Oh. Ah nein. Das sind Seeds. Das sind Berries. Die kann ich essen. So. Jetzt gehen wir einfach mal nach oben. Weil wir haben ja gesehen, dass da oben einiges von diesen kleinen Spinnendingern waren. Und dann hauen wir die einfach tot und vielleicht sind dann die Schweine so nett. Vielleicht sind die Schweine dann so nett und lassen wir uns leben. Oh. Weiß nicht, weshalb hier diese Bäume so kaputt gehen. Das ist blöd. Oh. Hier sind zwei Eier. Das ist ein bisschen blöd. Da. Komm her. 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 Da. hmm. Huh. 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 Hier. Stirb. 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 Gut. Und der nächste. Oh. Da sind drei rausgekommen. Häh. Huh. 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 Hier, da. Oh, phew, Glück gehabt. Phew, 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 phew. So, wir haben hier Silk. So, können wir uns irgendwas mal bestimmt machen. So, und jetzt machen wir das hier kaputt. Dann müsste normalerweise, äh, diese Verschmutzung, ja genau, diese Verschmutzung hier müsste weggehen. So, phew, das war hart. So, wow, Glück gehabt. So, hier haben wir das angepflanzt, genau, Berries, eindeutig brauchen wir welche. So, hallöchen, ihr Schweinchen. Hallo. You back off, why? Hallo. Examine Julian. Hallo, Julian. Give. Your friend. Echt jetzt? Bist du mein Freund? Ja, gib. I follow. Wie? Verfolgst du mich jetzt? Ah, wir haben einen Freund gemacht. Wie cool. Also, so war das. So macht man Freunde mit denen, so. Hey, hey, you is good. Ja, komm, komm, Schweinchen. Wir werden hier nämlich ein paar wieder killen. Komm her. Komm her. Komm her. You go smash. Nein. Du sollst doch nicht diesen scheiß Baune angucken. Grr, 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 grr. So. Yum. Oh, wie cool, er hilft uns jetzt. Ja, ist das. Ist das. Hier, bitte. I love friend. Hier. What the? Oh, ein Wehrschwein. Ah. Oh, oh. Hilfe, Hilfe. Ist es Man-Beer-Pick? Hilfe. Man-Beer-Pick. Hilf mir. Spinnen. Spinnen. Greif ihn noch an. It's nature. It's gross. Oh, what the fuck, ey. Hier. Au, au, au. Wow, wow, wow. Hat er mir viel Schaden gemacht, ey. Hey, hey, hey. Oh nein, die haben das gegessen, was er hatte. Verdammt. Okay. Info an mich, nicht zu viel Monsterfleisch geben. Sonst verwandelte er sich in eine Bestie. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Puh. Puh. Was war das? Das schlimmste Ereignis, was ich jemals hatte. Wir haben einen Freund gemacht. Dieser Freund ist dann zum Man-Beer-Pick geworden und dann mussten wir den Freund töten. Oh Gott, ey. Von diesen Abenteuern wird man bestimmt noch 20 Jahre lang reden. Also nicht zu viel von diesem Monster-Ding geben. So nur 2, 3 Stück. Ja, super. Ja, klar. Wir haben nichts zum Essen. Stimmt. Wir haben die ganze... Oh, Mist. Ey, was macht der denn da? Ey, du. Was machst du hier? Dieses Monster-Meat dürfen wir, glaube ich, nicht essen, oder? Oh no. I don't feel so gut. Er zieht uns 20 HP ab. Ha, 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 ha. Und mal Pinecorns hier einpflanzen. Genau. Wir brauchen was zum Essen, sonst werden wir bald sterben. Wir brauchen was zu essen, sonst werden wir bald sterben. Wir brauchen was zum Essen, sonst werden wir bald sterben. Sterben, sterben, sterben. Das wäre ja nicht gut, wenn wir sterben würden. Verdammt. Verdammt. Wir haben den ganzen Tag eigentlich nur Schlechtes gemacht. Wir haben einen Freund gefunden und den dann umge... Äh, wir mussten den, sagen wir mal, stilllegen. Haben wir hier noch die Chance, irgendwas zu sehen? Zu erkunden? Ah, Blueberries. Hier. So. Haben wir sonst hier noch irgendwas? Scheint nicht so gerade gut zu sein. Shit. Na, gucken. Irgendetwas, was uns heilt. Food. Crookpot. You can make better boot drying rack. The jerky racks. Beebox. Store your own bees. Ja, aber dazu brauchen wir irgendwie Charcoal. Charcoal haben wir gar nicht. Icebox. Slow food spoiling. Ja, brauchen wir uns keine Gedanken, glaube ich, vorerst zu machen. So, jetzt wird es nämlich komplett dunkel. Jetzt können wir zuerst mal vergessen, dass wir irgendetwas machen. Strukturen, Signs. Haywall, Woodwall, Woodwall, Stonewall, Pickhouse. Ja, ein Pickhouse. Dazu haben wir dieses Pickskin gebraucht. Dazu haben wir die Dinger gegessen. A happy home for an alien friend. Dazu brauchen wir Papyrus, bla 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 bla. Cobblestones. Ne, was wir, denke ich, brauchen werden, ist Survival. Eine Healing Salbe. Oh, da brauchen wir, glaube ich, Asche. Wo war das denn jetzt? Da. Disinfected Cans, eine Rosens, Honeypulsers, ja. Backpack. Bird Trap. Capture Winged Beast. So, eine Trap, bitte mal bauen. Und eine Bird Trap, bitte bauen. So. Hä? Pick a Bird Trap. Ja, das tut die hier hin. So. Wir haben, ach stimmt, wir haben keinen Platz. So, das war das. So. Wir gehen mal dieses Silk rein. Dieses Monster Fleisch behalten wir mal, falls wir noch so einen von den Piggys sehen. Wir wissen aber, dass wir nicht zu viel machen sollen. Wir müssen unbedingt was zum Essen finden. Die nächste Aufgabe ist was zum Essen. Ah, ich weiß, wie das geht. So, warte mal, wir brauchen dann die Schaufel. Wir brauchen das. Wir fangen uns jetzt einfach die ganze Zeit diese, ähm, oh, was sind das? Diese kleinen, komischen Tiere, die hier rumlaufen. Wir setzen einfach eine Trap aus dem Loch. Und dann stehen wir auf der anderen Seite, graben die da raus. Und dann gehen die dann so, ha, 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 schnell wegrennen. Und dann fallen sie gerade in diese Trap rein. Genau. Oh, wir haben ein Bart schon so langsam hier. Genau. Wir setzen mal hier die Falle. Und jetzt locken wir den Typen so rein, dass er in diese Falle da reinläuft. Nein. Nein. Der war doch da in der Nähe von der Falle. Oh, egal. Nein, leck mich doch. Ich will nur nicht im Müllhaus. So. Hier oben. So. Hopp. Hier die Falle und den buddeln wir hier aus. Rein da. Hä? Wieso klappt das denn nicht? Warte mal. Hier. So. Wie musst du denn da rein drin, dass das klappt? Rein da. Hä? Ah. Geht doch. Checktrap. Da. Da. Dann haben wir den hier. Mörder. Dann haben wir hier ein Fleisch. Oh je. So. Geht doch. Mein Gott. So. Hä? Set Trap. Von mir aus dann hier. So. Geht da? Gehst du da von selber rein? Yes! Mörder. So. So kann man dann natürlich auch Jerky machen. Aber wir haben nicht die Möglichkeit. So. Wir müssen jetzt eindeutig viel, 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 viel mehr finden. Und dürfen jetzt nicht ganz mit dieser Trap herumspielen. Nehmen wir das hier weg. So. Locks. Locks. So. Komm. Nehmen wir den Speer in der Hand, damit wir sicher sind. Blueberry. Äh. Diese Berries. Essen. So. So. Drupp. 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 Lauf. 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 So. Ich denke, Karotten heilen uns. Aber unser Sanity-Effekt ist jetzt auch nicht gerade der beste. Ich glaube, wenn wir voll sind und dann irgendwas essen, dann müssten wir eigentlich geheilt werden. Hey, Seeds. Wuhu. Ja. Ich habe schon was gehört, das ich gar nicht mag. Nämlich diesen komischen Gubbel-Gubbel da. Ne. Hä? Ist das ein Geist? Hey! Ich habe doch hier einen Schatten gesehen. Was war das? What da? Entweder habe ich mir das eingebildet. Nein, 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 nein. Da war doch ein Schatten. Töp, töp, töp. Da. Karotten. So, Karotten heilen uns auch um ein. So, gut. Da heißt irgendetwas, sozusagen so richtig fest der Nahrung heilt uns immer um ein. Wow. Hätten wir doch lieber nicht das Pech gehabt und hätten unser Schwein in Man-Beer-Pick verwandelt. Hätten wir jetzt noch so einen schönen Freund. So, dieser Sanity-Effekt wird uns auch bald nicht gerade mal zugute führen. Oh, da haben wir noch. Pick-up-Fire-Dart. Hier haben wir noch einen Toten. Walk to Skeleton. Examine Skeleton. Better him than me. Okay. Okay. Da. Genau, hier haben wir einen Jack. Und hier haben wir dieses Manamure. Äh. Nein. Irgendwas raus. Irgendwas raus. Irgendwas raus. Komm. Esst die beiden. So. Wir brauchen vier Stück für unsere Farm. Für unsere kleine Farm brauchen wir vier... Scheißhaufen. Da. Können aber nochmal vier gebrauchen. Hallo. Oh, oh. Bitte nicht angreifen. Oh, oh. Bitte nicht angreifen. Ich mach euch nichts. Ich sammle eigentlich nur das auf, was ihr eh nicht mehr braucht. Das heißt, hier oben sind die. Das heißt, hier müssen wir aufpassen. Nein. 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 Oh Gott, ey. Hä? Animal Track. Also hier war irgendwo... ein Animal. Oh. Guckt euch das an. Was ist das denn? Eine... Hä? Eine Chest. Cool. Äh. Ein Fire Staff. Ash. Gunpowder und Lock. Lock nehme ich mit. Was lassen wir denn hier? Komm hier. Dafür nehmen wir diese Ash mit. Komm hier, dieses ein Kult Gras. Dafür nehmen wir den Fire Staff mit. Haben wir hier noch einiges mehr. Sieht aus wie so eine Hunting Station. Irgendwie so was zum Jagen. Und einen Pickkopf. Das heißt, aufpassen, Picks hier nicht entlang gehen. So in die Richtung. So, wir haben acht von diesem Kult. Das heißt, wir können zweimal eine Farm bauen. Oh, Vorsicht nicht zu den Bienen. Das hier oben ist ein Wurmloch. Damit ihr das schon mal wisst. So. Normalerweise brauchen wir aber bald was mehr zum Essen. Aber gut, wir haben immerhin etwas herausgefunden. Und da oben ist definitiv... Ja, diese Boards, die wir haben, die können wir eigentlich wegtun. Fällt mir jetzt gerade so auf. Inventar haben wir noch einmal diese zwei Boards. Das sind die neben den Seeds. Das ist der zehnte Platz. So. Lauf, 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 Lauf. Dieser Schatten sah aus, als wäre es ein Pick. So, als wäre es dieses Schwein. Aber kann das sein, dass uns die Geister jetzt jagen werden? Hier, mach mal bitte. So, genau. Open Chest. Hier, Dat kommt rein. Die Trap kommt rein. Und dieser Fire Dart kommt rein. Einen haben wir nur noch. Hier, dieses Fire Stuff ist aber hier, äh, sehr voll. Oh, falsch geklickt wieder. So, wir wollen eine Farm bauen. Basic Farm. Oh, dafür brauchen wir jetzt wieder, oh. Brauchen wir Gras. Wir haben kein Gras mehr. So, schneller, bevor es komplett dunkel wird. Ähm, fünf. Wir brauchen noch ein paar mehr. Komm. Komm. Nur noch den Gras da oben. Schnell. So, schnell zum Feuer. Uh, safe. Perfekt. Zwei Sekunden später und wir hätten Pech gehabt. Nein. Food. Basic Farm. Ähm, hier. Examine Basic Facts. Try to plant in hier. Plant. Okay. Wir haben da jetzt auf jeden Fall was angepflanzt. Aha. Was haben wir denn hier? Light. Miner Set. Pumpkin Lantern. Also hier, Dat haben wir schon das Beste. So. Mir geht hier nicht so. Das Einzige, was wir jetzt noch bräuchten, wäre so eine Art Tent. Birdcage, Cobblestone, Wollingclaw. Aber ich weiß nicht, wo das ist. Ist das unter, ich glaube das ist unter Survival, genau. Ein Tent. Wir brauchen sechs Silk. Drei, oh. Ein Silk fehlt uns. Ein Silk fehlt uns. Genau. Das brauchen wir, weil ohne dieses Tent würde unser Sanity-Effekt immer mal komplett weggehen. Das heißt, wir brauchen ein Silk. Wir haben aber, wie man sieht, nicht mehr... Also, wir brauchen... Was also, worauf wir achten müssen, ist, dass wir Silk holen. Also gegen diese komischen Dinger da kämpfen. Gut. Gegen die Dinger kämpfen. So. Dann brauchen wir aber auch noch... Ich glaube, Refine. Rope brauchen wir nämlich noch Gras. Genau. Und wir brauchen noch was zu messen. Da haben wir noch Seeds. Was ist das denn? Maximum Pond? Was ist das denn? Cool. Ähm. Barry Bush? Was ist denn das denn hier? I can't see the bottom. Hallo, Frosch. Da. Da machen wir was. Oh, perfekt. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Weg. Genau. Attacke und weg. Attacke. Oh, nein. Mist. Wir sind tot. Oh. Nur fünf Tage überlebt. Er wollte nicht... Nummer mich hier. Wir müssen am Ende um. Wir sind weg. Aber nichts ist erfolgreich. Da sind wir ich hier. ideo rum. Vielen Dank.